Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News heute. Heute wird es richtig interessant, denn nachdem wir uns heute Morgen schon über Kim und über Cora unterhalten haben, reden wir jetzt über Heinz Hönig, ein Dschungel-Liebling zumindest von mir, der sich ganz ganz toll im Dschungel gezeigt hat. Und jetzt ist natürlich für uns in unserer Berichterstattung, wir sind ja hier professionell, natürlich interessant, was wird aus den Dschungel-Stars nach dem Dschungel. Und nachdem wir ja schon Kim und Tim und wie sie alle heißen, schon eine Menge Sendezeit eingeräumt haben, wird es doch auch mal eine Zeit, auch mal zu schauen, was die eigentlichen Stars denn wirklich so machen. Und hier gibt es einen Artikel von Tanja. Ja doch, Tanja hat rumgetanjert und hat uns einen Artikel gegeben. Aber das Schöne ist, es ist kein Bild-Plus-Artikel, das heißt, er ist öffentlich für alle frei lesbar. Und deswegen zitieren wir aus diesem Artikel und gucken uns ein bisschen an, wie es jetzt nun mit Heinz Hönig weitergeht. Es ist wirklich ein entspannter Artikel, das kann ich mit dazu sagen, der hier uns Zuschauern tolle Informationen zu Heinz gibt. So kann man das einfach sagen und ich freue mich darüber sehr. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch Danny, vielen herzlichen Dank, dass du an den Dschungel-Camp-Stars dranbleibst, dann für dich herzlich eingeladen, dich unserer mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Wir sind auf dem Weg zu den 28.200 und ich freue mich sehr über jeden Neuen, der sich hier unserer Trash-Familie anschließt, meine Lieben. Und zwar, das ist der Artikel, von dem ich gerade gesprochen habe. Heinz Hönig, Musical-König. Ein bisschen Frieden für Heinz. Und wie es aussieht, wie es aussieht, legt sich Heinz Hönig nicht auf die faule Haut nach dem Dschungel-Camp. Nein, er scheint jetzt hier nochmal so richtig durchzustarten. Und das ist schon etwas, wo ich sage, da ziehe ich meinen Hut und bekunde meinen Respekt vor diesem Mann, der sich hier so nicht in den Ruhestand schicken lässt. So kann man das sagen. Und davon gucken wir mal rein, was hier Tanja geschrieben hat. Hier seht ihr im Übrigen Quelle, Tanja May, die Bild, ein Foto von RTL. Und wir zitieren aus diesem öffentlichen Artikel. Zitat, jetzt wird Hönig Musical-König. Und hier sehen wir schon das Bild von ihm, Zitat Ende. Er ist am Lachen und so haben wir ihn ja am liebsten gesehen im Dschungel-Camp. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich ein Heinz-Hönig-Fan ja schon dann später wurde. Am Anfang dachte ich mir auch so, was ist das für ein genatschiger Typ. Aber dann war ich mit ihm auch sehr zufrieden. Huch, der Katzenreporter kommt auch einmal durchs Bild. Sehr schön. Das RTL-Dschungel-Camp musste TV-Star Heinz Hönig aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verlassen. Die Dschungel-Krone blieb unerreichbar. Jetzt wird er zumindest ein Musical-König. Bild erfuhr. Hit-Komponist Ralf Siegel hat den Star-TV quasi aus dem Dschungel-Camp heraus für die Wiederaufnahme seines Musicals. Ein bisschen Frieden, Summer Love engagiert. Premiere ist am 8. Mai im Deutschen Theater in München gespielt. Wird bis zum 19. Mai, Zitat Ende. Also hier scheint, hallo, hier scheint Ralf Hönig, nein, hier scheint Heinz Hönig wohl wirklich eine Rolle im Deutschen Theater in München zu spielen. In dem großen Hit ein bisschen Frieden, Summer Love. Da freue ich mich jetzt erstmal für Heinz Hönig, dass es hier weiter geht. Und hier geht es auch weiter, Zitat. Es scheint, als würde sich nun ein Kreis schließen. Heinz Hönig sollte bereits 2022 in Duisburg in dem Musical mitspielen. Doch wegen der Geburt seines jüngsten Sohnes sagte er damals kurzfristig ab. Jetzt wird er gemeinsam mit seiner Frau Annika Kersten Hönig in München auf der Bühne stehen. Es ist eine Ehre und große Freude, mit einem Musical von Ralf Siegel dabei zu sein. Ralf ist eine lebende Legende, sagt er zu Bild. Zitat Ende. Also es scheint hier auch wohl direkt bei Heinz Hönig nachgefragt worden zu sein. Und Heinz Hönig hat dieses hier auch bestätigt, dass er hier mitspielt. Interessant, dass schon 2022 so etwas im Raum stand und er sich denn dann doch aber für die Kinder entschieden hat. Also quasi über das Kind, was geboren wurde. Finde ich auch eine schöne Entscheidung, wenn man sagt, nö, ich verzichte jetzt auf einen Job, auf eine Gage, weil mir es wichtiger ist, bei den Kindern bzw. bei der Geburt meines Kindes zu sein. Tolle Einstellung. Dann sehen wir hier nochmal die Szene mit Dr. Bob und Heinz Hönig. Als, ja, den Camp-Teilnehmern verkündet wurde, dass Heinz Hönig aus dem Camp muss, aus gesundheitlichen Gründen. Heinz Hönig war damit nicht so unbedingt zufrieden, aber nach elf Tagen, was eine Hammerleistung war, musste er das Camp verlassen. Ähm, Zitat, während seiner Schauspielausbildung lernte der TV-Star Anfang der 1970er Jahre Gesang. Die Musik war aber schon vorher ein großes Thema für ihn. Hönig, ich singe seit meiner Jugend, hatte damals sogar eine eigene Band namens The D. Wir waren kleine Rockstars und hier seht ihr das, ähm, ja, das, das Banner bzw. die Grafik, ein bisschen Friedenssummer of Love von Ralf Siegel im Deutschen Theater vom 8.05. bis zum 19.05. Wenn ihr also Interesse habt, da zu sehen, dann seid ihr, ähm, dort richtig. Auch mit seiner Frau Annika stand er schon öfter gemeinsam auf der Bühne. Anni spielt seit mehr als 15 Jahren Theater und hat ein eigenes Ensemble geleitet. Von ihr kann man eine Menge lernen. Wir sind ein unschlagbares Team, privat wie auch beruflich. Star-Komponist Ralf Siegel freut sich schon sehr. Heinz und ich kennen uns seit über 40 Jahren. Ich war immer ein Fan von ihm. Nun ist es eine besondere Ehre, dass er in meinem Lebenswerk die Musical Ein bisschen Frieden eine Hauptrolle spielt. In dem Stück Ein bisschen Frieden ist die junge Musikerin Nina, ähm, dem Geheimnis einer langen verbotenen Liebe zwischen einem ostdeutschen Rockmusiker und einem westdeutschen Hippie-Mädchen auf der Spur. Heinz Hönig spielt einen ehemaligen Stasi-Offizier, der den Musiker auf die Pelle rückt. Annika ist als Ninas Mutter Jutta Bauer zu sehen. Zitat Ende. Das hat mich total gefreut. Also ich freue mich, dass es hier weitergeht und dass Ralf hier dann doch Heinz diese Chance gegeben hat. Zitat auch Ralf Siegel hatte in den letzten Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einer schweren Rückenoperation geht es ihm wieder besser. Siegel, ich bin nach acht Wochen Klinik endlich wieder zu Hause. Ich mache fleißig meine Übungen, habe zwei Trainer und es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ab 8. Mai startet er und Heinz Hönig dann in München wieder durch. Zitat Ende. Und das sind für alle Dschungelfans beziehungsweise für Heinz Hönig Fans doch wirklich tolle Nachrichten, dass er hier auf der Bühne zu sehen sein wird. Ich muss wirklich sagen, ich finde dieses Engagement inspirierend, weil Heinz Hönig ist nun mal ein paar Jahre älter. Und man hatte auch schon wirklich den Eindruck, als er im Dschungel war, dass er hier ein bisschen schwächer war, dass er sehr, sehr müde war. So war mein Eindruck. Aber denn dann doch nochmal in so einer Show teilzunehmen, als Offizier hier die Bühne zu suchen und nochmal zu der Welt zu zeigen. Hallo, ich bin Heinz Hönig. Ich freue mich wirklich, dass es für ihn weitergeht. Ich freue mich wirklich, dass man hier in ihm natürlich auch diese Chance gesehen hat oder ihm diese Chance gegeben hat. So ist es richtig formuliert, einfach nochmal auf der Bühne zu stehen, wie Heinz das alles auf der Bühne macht. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass er dem Job nicht zugesagt hätte, wenn er nicht auch wirklich Bock darauf gehabt hätte. Ich hatte so den Eindruck, im Dschungelcamp war er immer mal wieder voller Erinnerung an seine damaligen Erfolge, an seine damalige Zeit. Und ich bin einfach der Meinung, warum denn nicht? Wäre München nicht so weit weg von Berlin, würde mich das auch interessieren. Tatsache würde ich mir das auch anschauen. Aber wir werden das, denke ich mal, nicht schaffen, dort hinzufahren. Aber vielleicht seid ihr ja in der Nähe aus oder um München und habt Lust drauf. Dann seid schnell. Ich denke mal, das wird schnell ausgebucht sein. Und dann könnt ihr auch Heinz Hönig sehen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Ein kurzes, kleines Update heute, mal ein kleines Video. Aber auch für alle Zuschauer, die hier nicht unbedingt immer ein Kim-Tim-Drama sehen wollen, was ich durchaus verstehen kann, dachte ich mir, ist das doch eine willkommene Abwechslung, einfach auch mal etwas anderes zu erfahren, was wirklich rein positiv ist. Also auch die ganze Schlagzeile, Berichtführung hier von Tanja ist auch in Ordnung. Also ich kann hier wirklich nicht rummeckern oder sagen, hier das und das. Nö, ein ganz seriöser Artikel. Okay, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ein ganz normaler Artikel mit einer Information über einen Star, der im Dschungel war. Kann man nicht sagen. Ganz im Gegenteil, ich freue mich da sehr, meine Lieben. Ich verabschiede mich jetzt, abonniert gerne den Kanal für mehr Trash-News. Morgen geht es nämlich weiter, morgen früh um 8 zum ersten Kaffee. Das wird interessant werden, meine Lieben. Ja, ja, da bin ich mir ganz sicher. Macht es gut. Tschüss.